Interview mit Rüdiger Iwan. Wie unser Bildungssystem gehorsame Untertanen heranzieht. Also heute darf ich Herrn Rüdiger Iwan bei uns bei KLA-TV begrüßen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, uns ein Interview zu geben. Gerne. Wir kommen ja beide aus dem gleichen Beruf, aus dem Schulsystem. Ich bin im Mutterschutzgarage und du hast schon viele Jahre Erfahrung gesammelt. Im Schulsystem. Und vielleicht kannst du dich selber vorstellen und deinen beruflichen Werdegang skizzieren. Ja, mach ich mal kurz mit an. Danke. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, ich bin ursprünglich, also ich muss sagen, so wie viele Gymnasiasten, ziemlich orientierungslos aus dem Gymnasium gekommen. Und ich sage es, wie es ist. Papa und Mama haben gesagt, komm, dann wirst du Lehrer, wenn dir sonst nichts Besseres einfällt. Habe ich gemacht. Und es hat ziemlich viele Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, warum ich das eigentlich gemacht habe und warum das doch vielleicht ganz interessant sein könnte. Also ich habe dann nach dem Studium als Gymnasiallehrer, bin ich dann quer eingestiegen, weil mir das schon bis dahin schon recht suspekt war, bin ich dann Hals über Kopf nach einer Ausbildung in die Waldorfbewegung eingestiegen, als Waldorflehrer gearbeitet. Und dann in den 90er Jahren, muss ich sagen, da habe ich so gedacht, der Unternehmer. Was ist der Unternehmer? Und den Unternehmer in mir habe ich entdeckt. Den Unternehmer der eigenen Arbeit. Da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, kann ich aus meinem Lehrerberuf nochmal was ganz Neues machen. Und das hat sich tatsächlich über den Projektgedanken entwickelt. Und dann wurde durch ein, da ging das schon los mit Netzwerken und vielen Menschen, wurde dann daraus die Gründung einer gemeinnützigen GmbH. Das war schon ziemlich ungewöhnlich. Dann wurde ich Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH. Unser erstes Projekt damals bestand übrigens darin, das werde ich nie vergessen, in Eichstetten mit einem tollen Unternehmer, der heute die Regionalaktienwertgesellschaft dort leitet. Das war Rinderstallbau als Schulprojekt. Also da sieht man schon so ein bisschen, wie kann man einen Rinderstallbau jetzt als Schulprojekt machen mit sieben Schulen. Das war eine Käserei als Inhalt eines Seminarkurses im Abitur. Das waren damals so Dinge, wo man schon merkt, wohin das so lief. Und da kam auch so im Jahr 2000, 2002 ein wesentlicher Aspekt dazu. Da wurde ich aufmerksam auf die internationale Portfoliobewegung. Das war damals, so Anfang des Jahrtausends, eine große Vision. Selbstbestimmtes Lernen. Schüler können selber zeigen, was sie gelernt haben. Und damals habe ich Dr. Felix Winter vom Oberstufenkolleg in Bielefeld kennengelernt. Das ist eine Reformschule aus den 70er Jahren von Hartmut von Hentig. Und wir beide haben uns dann erst wirklich ein renommierter Wissenschaftler im Bereich der Leistungsbewertung. Wir haben uns dann zusammengetan, dieses Netzwerk aufgebaut, international. Ja, und daraus ist vieles andere entstanden. Daraus ist etwas entstanden, was ich heute wirklich als Alternative seit 10, 15 Jahren in den unterschiedlichsten Schulsystemen praktiziert und entwickelt habe. Vielleicht gehe ich jetzt mal nicht so sehr ins Detail weiter. Ja, und warum ist das entstanden? Warst du unzufrieden mit dem jetzigen Bildungssystem? Ach, ich war eigentlich damals in den 90er Jahren unzufrieden erst mal mit mir. Ich will jetzt unseren Lehrerberuf ja nicht runtermachen, aber ich habe gedacht, ist das jetzt alles oder geht da noch was? Und das hat damals mal jemand auch zu mir gesagt, so Lehrer sind eigentlich dann so ab 40 für nichts anderes mehr zu gebrauchen. Da habe ich gesagt, na warte mal, also da könnte noch was kommen. Und daraus entstand dann so, ich hatte mich wirklich, der Unternehmertypus, der seine Arbeit selber schafft, der seine Zukunft schafft, entwickelt und dann da in seiner eigenen Zukunft tätig wird, das hat mir einen unglaublichen Reiz gehabt. Und so etwas wie dieses Rinderstallbau-Projekt mit Käserei mit sieben Schulen, das ist eine Innovation gewesen, die quasi der Inhalt an meiner Arbeit war. Und das hat dann nicht aufgehört. Damals, als sein Portfolio dazu kam, um es, also Portfolio muss ich sagen, hat in den nächsten Jahren, wurde ein immer unklarerer Begriff, aber wir sagen mal ganz einfach, der Schüler zeigt selber anhand seiner Arbeiten, was er gelernt hat und wird Subjekt seines Lernhandelns, aber auch Subjekt des Bewertungshandelns. Das heißt, er zeigt es und es wird nicht über ihn geurteilt. Und die Aufgaben kommen nicht eingeflogen von irgendeiner zentralen staatlichen Stelle, sondern er zeigt, was er gemacht hat, wählt das aus und zeigt das. Das hat mich damals so, hat mir schon gesagt, oh Mann, da ist doch, das läuft doch eigentlich jetzt komplett anders in den Schulen. Und woher kommt dieses, die Leistungsbeurteilung, woher kommt das Zentralabitur, woher kommen die Klassenarbeiten, woher kommt die ganze Selektion, die schon bei uns in der vierten Klasse die Schüler mürbe macht, woher kommt dieser Druck und woher die ganze Schwerkraft, die auf diesem System, und das hat dann, da habe ich dann so angefangen, ich sag mal, archäologisch tätig zu werden und nach den Ursachen zu forschen, die man ja nicht so auf dem Silbertablett geboten bekommt. Und was hast du da erforscht? Ja, also ich muss sagen, ich habe mich stark, es war die Ziffernote natürlich, die Ziffernzensur, das Beurteilung in der abstrakten Ziffernzensur, woher kommt die eigentlich, dass man da mit einer 3,0 und 3,1 rausgeht, da muss ich mal so eine kleine Anekdote einschieben, stehe im ICE, bin damals viel mit der Bahn gefahren, vermeide ich heute tunlichst, damals stehe so im ICE, fahre nach Stuttgart rein und sehe so einen kleinen Bub stehen, der mit seinen, ich habe ihn genannt, habe ihn dann getauft, seinen lieben Onkel, steht dann an der Tür und erzählt ganz, ganz eifrig über die Schule und weiß unglaublich gut Bescheid, welcher Schüler welche Note in welchem Fach hat. Ja, und der hat in Physik, in der letzten, der hat eine 3 gehabt und der hat eine 1 gehabt. Und der liebe Onkel, ich weiß nicht, ob es sein Onkel war, vielleicht war es auch sein Vater, hat aber ganz lieb zugehört, hat dann immer zugehört und hat ihn so ermutigt und fand das gut und irgendwann kam dann, kurz bevor der ICE einfuhr in Stuttgart, kam dann die Frage, und was machst du eigentlich in Physik? Und dann wurde er komplett ruhig. Also dann wurde er ganz nervös und das war wirklich so eklatant. Und das ist ja die Wirkung, zum Beispiel, wir sind jetzt bei einem wichtigen Element, wir sind bei der Ziffernote, wir sind bei der Abstrahierung in der Leistungsbeurteilung, dass man von der konkreten Leistung abstrahiert, eine Zahl hat und mit der Zahl zufrieden ist und schließlich im Abitur mit seiner 1,3 oder 2,3 rausgeht. Er konnte nicht sagen, was dahinter steht. Das war, ich sehe noch heute vor mir, wer dann anfing zu stottern und das kann man ihm ja nicht anlasten. Es ist so wie eine unsichtbare Scheidewand, eine Trennung, eine Spaltung, man wird abgespalten von seiner Leistung. Und du musst ja auch mal die Kommunikation unter Jugendlichen anhören. Jugendliche sind zu und Kinder sind zu etwas anderem in der Lage, aber verzogen im System werden sie, ey und in Mathe, ja 3,2, fertig, Dialog über Leistung beendet. Das ist ein Punkt gewesen, wo ich sage, wo kommt das her, wieso ist das so? Das ist übrigens spannend, auch die Ziffernote hat eine lange Geschichte. Interessant, was du erzählst. Du hast dich, so wie ich verstanden habe, in das Ganze auch geschichtlich, hast du dich damit befasst. Wie ist es zu diesem, ich sage mal, desolaten Zustand von unseren jetzigen Schülerinnen und Schülern gekommen? Ich muss vorweg schicken, dass ich tatsächlich in meinem langen Leben jetzt mit vielen, vielen Hunderten und Tausenden von Schülern, an verschiedensten Orten, weil ich immer in der Praxis mit Schülern arbeite, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch kennengelernt habe. Und wenn ich jetzt über den desolaten Zustand im System rede und was er in der Regel aus den Kindern und Jugendlichen macht, dann immer voraus, also immer in Klammern gesetzt, es gibt sehr, sehr viele andere Jugendliche, die es schaffen, auch in diesen Verhältnissen mit der Unterstützung von Menschen, ihrem Elternhaus oder so was aus sich zu machen. Es gibt für mich die Allrounder, die auf allen Gebieten einfach für mich begeisternd sind. Ich habe viele Jugendliche, die ich verehre, weil ich merke, dass da eine unglaubliche Power, Zukunftspower in ihnen ist. Aber das System hat wirklich eine erzieherische Wirkung, die das Gegenteil von dem zum Ziel hat, was dann manchmal bei rauskommt, so wie bei unserem Sohn, haben wir immer gesagt, der ist ein toller Arzt geworden, trotz der Ausbildung und nicht wegen der Ausbildung. Okay, ich würde ganz gerne über die Ziffernote, sage ich mal ganz kurz, weil ich dabei war. Das ist ja der Zensus. Und der Zensor, von dem die Zensur kommt, ist ein römischer Beamter gewesen. Und das kommt aus dem Steuersystem. Und als Rom noch ein Stadtstaat war, so in den ersten Jahrhunderten vor der Zeitenwende vor Christus, da ging man auf das Maßfeld und musste seine Steuererklärung persönlich abgeben, seine Professio. Man musste Einblick geben in seine Besitzverhältnisse. Und der Zensor, ein hoher römischer Beamter, musste ein entsprechend den Einkünften, die man hatte, wurde man in eine Steuerklasse eingegliedert. Und das ist der Zensus. Es gibt ja auch später das Zensuswahlrecht. Noch im 19. Jahrhundert bis 1918 gab es in Preußen das Zensuswahlrecht. Also wer, ich sage mal, wer viel Knete hatte, wer viel Steuern bezahlte, konnte 100 wählen. 1000 Leute durften 100 wählen und die 100.000, die nichts verdienten, die konnten die restlichen 50 wählen. Also so lapidar gesagt, das ist das Zensuswahlrecht. Man wird nach Steuerklasse eingegliedert. Und das Zensurensystem ist zum Beispiel bei den Jesuiten. Also du musst gleich wieder eine Frage stellen, entschuldige, wenn ich jetzt gerade so viel weiterrede. Passt, du darfst weiter. Also da gibt es die Ratio Studiorum bei den Jesuiten. Und das finde ich immer so cool, wenn ich in Klassen komme, in normale Klassenzimmer komme, dann haben die eine jesuitische Stuhl-Reihen-Bank-Anordnung. Und das ist das Zensurensystem. Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe, fünfte Reihe, sechste Reihe. Optimi waren vorne die Besten, die Einser. Hinten waren die Reha Kiendi, die zu Entfernenden auf den Eselbänken. Also diese Reihen in einer, und ich muss sagen, in meiner Schule ist das leider der Fall, dass diese Reihen immer wieder, und ich sage, das ist eine jesuitische Ordnung, das könnte man sagen, ist ja nicht schlimm, aber man hat eben trotzdem diese Reihung, die Zensuren der damaligen Formen hat man im Raum so abgebildet. Und deswegen sagen auch alle Leute, die was vom Lernen verstehen, sagen dann, ich sagte mal jemand, bei mir ist jemand zu Besuch gekommen und der hat gesagt zu mir, kann ich mal bei Ihnen hospitieren? Hat er gesagt, ja, können Sie gerne machen, jederzeit, ist offen. Der sagt, wo kann ich mich da hinten hinsetzen? Sagt er, oh, wenn Sie zu mir kommen, werden Sie nicht wissen, wo hinten und vorne ist. Das ist eben das Klassische vorne, der Lehrer macht seine Tafelpädagogik, da sitzen sie alle, schön, hinten wird geschwätzt. Aber er hat gesagt, und das ist auch so, wer in offenen, wer weiß, wie das Lernen in offener, kooperativer Weise gehen kann, der hat das vorne und hinten, links und rechts einfach auch aufgehoben, geöffnet. Und diese alten Formen, Zensus, das ist heute unsere Ziffern-Note geworden, die übrigens dann erst im 19. Jahrhundert ihren Siegeszug angetreten hat. Die war, vor 200 Jahren gab es sie noch gar nicht so. Die kam dann mit der Naturwissenschaft auf, die Messbarkeit. Wie hat man denn früher das gemessen, ohne Zensur? Ja, genau, man hat eben noch nicht so gemessen. Der Galilei hatte ja schon gesagt, alles messen, was messbar ist, und alles messbar machen, was es nicht ist. Also die Zensur ist natürlich auch ein Kind des Zeitalters der totalen Messbarkeit. Möglichst noch ins Hirnkastall reingucken und meinen, man müsste psychische Vorgänge messen können, was völliger Schwachsinn ist, weil das da nicht zu finden ist, da drinne. Aber vorher hatte man tatsächlich Gutachten. Gutachten. Ja, also Karl Marx aus Trier, der Begründer dieser nicht ganz ungefährlichen Ideologie des Marxismus, hat ein Gutachten bekommen von seinem Gymnasialprofessor. Also ein Verbal wurde beschrieben, ein persönliches Gutachten. Hat man später wieder entdeckt und damit was gemacht. Das ist nicht die Lösung, aber man hat was damit gemacht. Also es gab tatsächlich noch das Gutachten. Ein Thomas Mann hat in Lübeck in seiner Oberrealschule, hat er Benotungen gehabt, die noch kreuz und quer waren. Da war es, ist noch im Ganzen gut, noch ziemlich befriedigend. Und daraus wurde erst dann, heute Realschulabschluss, 3,2, 3,9, also Dezimale. Also das ist tatsächlich gar nicht so alt, dieses in den Ziffernoten. Und wie gesagt, von der Wirkung her hat es eine trennende Wirkung. Es trennt mich als Schüler von dem, was ich eigentlich inhaltlich gearbeitet habe, mit dem ich eigentlich zusammenwachsen will, mit dem ich authentisch werden will. Das trennt mich davon und ist ein wesentliches Element einer Pädagogik, die so mit Input und Output, so rein und wieder raus und vergessen. Ja, richtig, weil viele Eltern sind frustriert oder wenn sie das auch anschauen, wie du jetzt sagst, dass ihre Kinder lernen etwas und dann spuckt das Kind das raus in der Klausur und vergisst es und das geht weiter. Ja, es sind alle diese geschlossenen Formate, die, wir waren mal mit dem Konzept, das ich im Hinterkopf habe oder im Hintergrund habe und entwickelt habe, waren wir mal in Edenkoben in Rheinland-Pfalz in einer beruflichen Schule und haben dort mit Lehrern und Schülern gearbeitet. Und ich sage das nur deswegen, weil der Raum, in dem wir gearbeitet haben, der hieß ALF. Also ist so eine Comicfigur auch irgendwie. Heißt Abschließende Leistungsfeststellung. Und ich finde, das hört sich schon so richtig da, da erstarrt man so richtig. Also alles Test, Klassenarbeit, Klausur, Klausur ist auch ein toller Begriff, aber der Oberbegriff wäre so abschließende Leistungsfeststellung. Da fühlt man so richtig sich in dem, was man können, was eigentlich ein fließendes Element ist. Ein Können ist nichts, was man festhält. Aber da hast du es so richtig quasi im Würgegriff der Leistungsfeststellung, könnte man so sagen. Und der Raum hatte auch noch den Namen. Wir haben dann allerdings innerhalb der zwei Tage den Raum umgetauft. Am nächsten Tag habe ich gesagt, wir sind jetzt hier in Ohle. Ohle. Und Ohle heißt offene Leistungserbringung. Aber das ist eine weitere Geschichte, wie man das transformieren kann. ALF in Ohle war damals so mein Schlagwort. Aber es ist eigentlich, ALF ist das, was das ausmacht, von dem du geredet hast. Das ist das, was auch dann irgendwie kritische Eltern merken oder so oder vielleicht dann auch die Jugendlichen merken. Zwischen mir und dem Stoff, das ist doch keine Verbindung. Das bleibt mir fremd. Ja, also du hast ja gesagt, du hast diese Analyse gemacht und hast gemerkt, das kommt, diese Entwicklung ist einfach nicht von ungefähr, sondern das ist die Folge unseres jetzigen Bildungssystems. Und hier gäbe es eine Fehlentwicklung, die schon seit Generationen läuft. Richtig, ja, richtig. Könntest du das mehr erläutern? Ja, jetzt könnte man ja, es wäre ja wirklich spannend, mal so in die Historie der Bildung in unterschiedlichen Kulturen und Kulturstufen reinzuschauen. Aber wir machen es jetzt mal anhand der preußischen Geschichte. Das ist so für mich auch immer ganz spannend, weil mein Opa kam aus Ostpreußen, aus Ottelsburg, war ein Fischer, ist später als Proletarier ins Ruhrgebiet gegangen. Also ein bisschen östliche Wurzeln, Ostpreußen habe ich zum Beispiel dort vom Opa her. Ja, und jetzt die preußische Geschichte hat mich auch immer ein Stück weit interessiert. Und unsere preußische Bildungsgeschichte fängt quasi so 1788 an, wo der Staat, das ist Oberschulkolleg, noch nicht Ministerium, aber da musst du dir vorstellen, dass bis in das Jahr das Schulsystem sehr vielfältig war, eben vielfältig war, vielleicht auch ein bisschen wildwuchsmäßig war. Stadtschulen, Winkelschulen, Erziehung im häuslichen Umfeld, der Herzog, der selber eine eigene Schule aufmacht, Ritterkollegien und was es alles gab, das ist interessant. Das war vielfältig, vielleicht war das auch Wildwuchs, aber jetzt kam der Punkt, wo der Zentralstaat, und ich meine, die Preußen sind bekannt für ihre Staatsmaschinerie, die sie in der Geschichte entwickelt haben, der jetzt sagte, jetzt nehmen wir uns das mal vor, dieses Bildungssystem. Und das war dieser, jetzt wurden Universitäten und Schulen zu Veranstaltungen des Staates und dann entdeckte der Staat die Prüfung und allen voran die Abschlussprüfung. Jetzt kommen wir wieder auf das Thema allmählich, kommen wir wieder auf diese abschließende Leistungsfeststellung. Die nehmen wir uns jetzt mal vor. Übrigens mit den besten Absichten. Ja. Immer. Immer. Die beste Absicht. Genau. Wir wollen ja nur das Gute. Aber die Bürokratie und der Staatsapparat und die Regierenden, die ja nun ihre Untertanen regieren wollten, die wollten aber erstmal nur bleiben, die wollten das Beste. Man wollte tüchtige Studenten für die Universität. Und die jetzt sich endlich mal aus der katholisch-römisch-katholischen inquisitorischen Klammer der Jahrhunderte befreit haben, jetzt in der Aufklärung freiere Institutionen worden. Und jetzt müssen ja, ja, ich muss sagen, jetzt müssen ja dahin von der Schule auch Tüchtige. Man kann ja nicht irgendwelche Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und dann ging das Gemaule los. Die Studenten bringen nicht die Fähigkeiten mit, die sie brauchen. Wie können wir das sicherstellen, dass auch die hinkommen, die tüchtig sind? Also die Studiere, die eifrig sich bemühen in ihren Studien, klingt alles so ganz positiv. Und jetzt sagt der Staat, das Beste wäre doch, wir würden da Prüfungen jetzt machen. Da ging das los mit dem, was heute die zentrale Abschlussprüfung, meinetwegen in Baden-Württemberg, wo wir hier sind, das ist schon der Gipfel dessen, was man da leisten kann. Und was, das fing damals an. Genau. Und du hast das Wort Untertanen erwähnt. Ja. Also ich fühle mich zum Beispiel nicht als ein Untertanen jetzt. Ja, genau. Ich rede jetzt von, du meinst, du meinst, du fühlst dich durchaus, obwohl du dich durch das System durchgegangen bist. Durch das Schulsystem, ja. Erstens mal bleibe ich jetzt bei meiner ersten These, dass du eben ein Mensch bist, der durch das System gegangen ist. Ich bin ja auch durchgegangen. Und durch irgendwelche Umstände und Aufwachprozesse sind wir zu etwas gekommen, was im System nicht unbedingt veranlagt ist. Also was das System selber nicht will. Und wenn ich jetzt weiter darüber rede, was das System macht, dann meine ich so den geheimen Lehrplan, den wir alle durchlaufen, aber von dem man sich auch emanzipieren kann. Aber es gibt so einen subliminalen Lehrplan, der so mitläuft. Und den können wir jetzt aber, klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber das können wir ganz konkret machen. Es wurden nämlich die Abschlussprüfungen entdeckt. Und die Abschlussprüfung, es fing harmlos an. So, dann entdeckte man auch, man braucht schriftliche Prüfungen, schreibt man, komischerweise hieß es damals einen Aufsatz in Mathematik. Welche finde ich spannend, wenn man heute einen Aufsatz in Mathematik schreiben müsste. Also es wurden schriftliche Prüfungen entdeckt und diese Prüfung wurde jetzt schrittweise ausgestaltet und wurde immer mehr. 1812 zum Beispiel, wenn du da von einer Gelehrtenschule im Preußischen Königreich abgegangen wärst, dann hättest du dort eine zentrale, hättest du dort eine Abschlussprüfung gemacht. Und wärst dann in, Achtung, jetzt kommt es schon, in sieben Fächern schriftlich und in elf Fächern mündlich geprüft wurden. Jetzt kam nämlich sehr schnell, 1812, durch die Reform von Syvern. Vorher war interessanterweise Wilhelm von Humboldt ein großer deutscher Humanist und Idealist. Wenn man genauer hinschaut, hat er das zentrale Prüfungswesen außerordentlich stark forciert vorbereitet. Humboldt war 1810 so der erste nominell noch nicht Kultusminister. Das wurde dann auch erfunden, das Amt. 1817 hießen die dann auch Kultusminister. Vorher hießen sie noch Direktor der Sektion für das Unterrichtswesen. Aber jetzt gehen wir mal auf die Prüfung. Jetzt stell dir mal vor, sieben schriftliche Prüfungen machst du, absolvierst du und elf mündliche Prüfungen. Wie geht es dir dabei? Wenn du weißt, du hast die innerhalb von zwei Wochen. Schon sehr erschlagen, fühle ich mich dann. Erschlagend, ja. Und da hast du doch ein ähnliches Phänomen wie heute, wo ein Abiturient sagt, es erschlägt mich irgendwie. Übrigens so wegen Abschluss. Vor Jahren hat man eine Abiturientin gesagt und wir haben uns immer gefragt, gibt es noch ein Leben nach dem Abitur. Also da hast du auch diesen Charakter, auf den wir immer noch kommen. Den Abschlusscharakter. Du wirst in eine Hau, wie so eine Blase wirst du eigentlich gesetzt. Und hast ja auch gerade gesagt, sieben schriftliche und elf mündliche. Also was passiert denn da? Das ist nicht zu leisten. Und jetzt kam das 1812 in Preußen auf. Das war das Preußen der nach napoleonischen Ära, wurde erzreaktionär. Und der Obrigkeitstaat wollte jetzt nicht den tüchtigen Studenten, sondern den willigen Untertanen. Und das wurde jetzt in diesem System, in dem metanischen, nach napoleonischen Preußen, der Heiligen Allianz und Demagogenverfolgung, wurde die Reifeprüfungsordnung immer mehr das Instrument zur Heranzüchtung des Untertanens und nicht des tüchtigen Studentens. Und das erreichte man durch diese Prüfungsordnung sehr gut. Denn bei sieben schriftlichen und elf mündlichen Prüfungen vergeht einem die Lust. Hören, sehen und denken, wie es im Faust so heißt. Und die Lust. Die Lust übrigens auch. Es gab da einen, es gab nämlich jetzt was ganz Spannendes in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Es gab eine Diskussion tatsächlich. Und die nannte man Überlastungsdiskussion. Es wurde darüber diskutiert, von helleren Köpfen, die das irgendwie mit anschauten, auch durchaus an maßgeblichen Stellen saßen, auch Provinzialschulrat oder so was waren, oder Begründer der Neuhumanistischen Philologie, oder ich werde gleich noch einen hervorheben. Es war aber dieser Begründer der Neuhumanistischen Philologie, der F.A. Wolf, der hat genau das gesagt. Er hat gesagt, diese Prüfung hier mit sieben schriftlichen und elf mündlichen, er sagte, ich traue mir nicht zu, im ziemlich volkreichen Berlin viele Menschen zu finden, die in der Lage wären, so etwas zu machen. Also das muss man sich doch auch mal als Fachlehrer klar machen, wenn du da in Geschichte Deutsch und, weiß ich nicht, Mathe, Prüf, Biologie, und die sitzen auf der anderen Seite, du sitzt da in deinem Fach, die sitzen auf der anderen Seite und haben diese ganze Reihe von Fächern. Und er sagte nämlich, weil du sagtest, Lust, er sagte nämlich, diese Prüfung ertötet in Wahrheit, Lust, Liebe, Geist, er hat dann alle möglichen Wörter aufgezählt. Man hat gerungen nach Wörtern, was ist denn das Lebendige im Bildungsprozess? Man hat gemerkt, es wird ertötet, und das hat er so gemeint. Es wird etwas ertötet im Menschen. Und jetzt, man hat sich gefragt, aber irgendwas, was ist denn das Leben? Was ist denn das Lebendige an diesem Bildungsprozess? Und man hat aber gespürt, es wird etwas abgetötet. Und dann, ja, das war dort vielen klar, und dann kam es sozusagen zu der Überbürdungsklage. Also man klagte durchaus die staatlichen Stellen an, weil man sagte, er überbürdet unsere Schule, Schüler. Tja. So ist es. Und wie ich aus meinem Studium das kenne, uns wurde ja der Bildungsplan vorgelegt, und da sind viele Kompetenzen, die man als Lehrer fördern sollte in den Schülern. Und eben, es hieß, nur bloßes Auswendiglernen bringt nichts, wir müssen Kompetenzen fördern, personelle, soziale Kompetenzen. Was hältst du davon? Es gibt ja Fortschritte. Ich würde da kurz was zu sagen und dann noch mal zu den Preußen zurückkommen. Die haben ja noch nicht in Kompetenzen gedacht, die haben so richtig noch in stofflichen Lehrplänen gedacht. Das hat sich dann erst mal entwickelt bis in unsere Zeit rein. Und jetzt, ich sage jetzt mal so salopp, seit 10, 20 Jahren sind sie auf den Trichter gekommen, das alles in Kompetenzen umzuändern. Und dazu würde ich mal zwei Sachen sagen. Hartmut von Hentig, den ich in vielem als Pädagoge schätze, der dieses Oberstufenkolleg und die Laborschule in Bielefeld in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet hat, hat er mal in dem Lehrplan für Baden-Württemberg, im Vorwort vor 15 Jahren, als es zum ersten Mal mit den Kompetenzen so aufkam, hat er gesagt, Kompetenzen sind gut, denn sie führen das schulische Lernen näher ans Leben heran. Und in dem Sinne kann ich das handhaben, kann man das handhaben und es ist gut, so zu denken. Was aber tatsächlich daraus geworden ist, was die Staatsmaschine daraus macht, das ist vom Regen in die Traufe. Also Stoffpauken, Stoffhuberei und Kompetenzhuberei sind mindestens genauso schlecht. Vielleicht sogar, insofern ist das mit den Kompetenzen noch schwieriger, weil die jetzt den Anspruch haben, die Gesamtpersönlichkeit zu erfassen. Oder vorher noch sagtest, habe ich in Mathe meinen Fünfer, bin ich aber nicht, kannst du ja immer nur sagen. Und bei Kompetenzen geht es ja dann wirklich, du hast es ja gesagt, Personalkompetenz. Da geht es sozusagen ans Eingemachte, da geht es an meine Persönlichkeit. Aber die Kompetenz ist ein Beispiel für eine Verschlimmbesserung durch Reformen, die wir in dem System seit Jahrzehnten haben. Oder noch länger. Jedenfalls, um nochmal zurückzukommen auf dieses Abitur. In den 20er Jahren, da gab es einen Friedrich Raumer, das ist ein Historiker gewesen, wohl offensichtlich interessant, ich habe mal irgendwo von ihm Bücher aufgegabelt, der saß dann auch später in der Paulskirche, ist also irgendwo in der demokratischen Paulskirche, in dem ersten gewählten deutschen Parlament, der war wohl ein klügerer Kopf. Und der hat dann nämlich was rausgefunden, was bis heute gültig ist in dem System. Der hat gesagt, wenn ich mich, ich bin immer noch bei meinen sieben Fächern, und es wurde 1834, 1837 nochmal schlimmer, da wurde nochmal mehr draufgesetzt. Wenn ich diese Anforderungen alle habe, muss die in kurzer Zeit erfüllen, dann kann ich mich nur gleichmäßig ihnen gegenüber verhalten, das heißt gleich oberflächlich. Und wir würden heute modern sagen, ich kann nur an der Oberfläche surfen. Ich kann mich in nichts vertiefen. Er sagt, ich bereite mich jetzt aufs Abitur vor und habe jetzt mein Thema gefunden, für das ich brenne und vertiefe mich darin. Nein, wohl kaum. Er sagte, ich kann mich nur zu allen Gegenständen gleichmäßig fachten. Und da sagte er, und das ist der geborene Philister. Und jetzt hätte eigentlich der Staat sagen müssen, ehrlicherweise, und genau den wollen wir. Wir wollen den geborenen Philister, der da, was da, was. Übrigens, der geborene Philister in moderner Form heißt, das ist mir mal vor Jahren begegnet, finde ich genial, die Ausdrücke. Der geborene Philister ist der omnipotente Dilettant. Das ist ein genialer Ausdruck. Omnipotenter. Also ich kann alles irgendwie und gar nichts richtig. Das ist total stark. Oder da kam noch ein anderer Ausdruck von jemandem, der sagte dann, oder der Allround Depp. Das finde ich auch super. Aber genau dasselbe hat der gemeint, der Raumer. Und die staatliche Stelle, an die er diese Kritik adressiert hat, die hat ihn dann gerügt. Und weißt du, was die Begründung war für die Rüge? Seine Kritik sei oberflächlich. Das finde ich so was von genial. Der piekst rein und sagt, ey, hör mal, ihr habt offensichtlich den nivellierten Kopf. Ihr wollt den nivellierten Kopf, der nicht denkt. Den geborenen Philister. Und jetzt wird der, wo er das durchschaut, als oberflächlich kritisiert. Hat er sich dagegen gewehrt. Und dann kam das schlussendliche Argument der Obrigkeit. Und weißt du, wie das lautete? Zehntaler Strafe. Da bist du auch ziemlich nah an der heutigen Zeit. Gesetze, Sanktionen, Strafe, Peitsche. Oder eben Zuckerbrotanstellung im Beamtenbetrieb. Aber eben als nivellierter Untertanen-Kopf. Und wenn du das jetzt noch genauer angucken willst, wie der Hase bis heute läuft, dann musst du dir noch, müssen wir uns mal die Klausur angucken und die Leistungsbeurteilung. Es sind nämlich viele Elemente, die zusammenkommen, die bis heute diese absolut schädigende Wirkung auf jede Nachfolgende, das musst du dir jetzt mal nicht mehr anfangen, jede Nachfolgende, jede Generation, die kommt, ist, das kann ich aus meiner Arbeit heraus sagen, ich liebe die nachfolgenden Generationen. Und es sind unglaubliche Menschen darunter. Ich habe sie auch immer wieder in diesen Systemen erlebt. Und offensichtlich hat irgendeine Kraft das Interesse, diese nachfolgende Generation nicht für die Zukunft wirksam werden zu lassen. Das muss man sich vorstellen. Das wurde auch damals wirklich von einigen das System als Folter, als psychische Folter bezeichnet. Aus dem Ausdruck aus dieser Zeit, aus den 30er Jahren. Von wenigen, die es durchschaut haben. Aber es ist, wenn man sagt, ja Gott, stirbt doch keiner, leben doch alle noch was soll, sind alle Beamten geworden. Es gab auch einen Alexander von Humboldt. Ach, der hat übrigens gesagt, wenn ich in dieses Schulsystem gekommen wäre, wäre ich zugrunde gegangen. Es gab immer wieder ein paar hellere Köpfe, die mit Glück oder die furchtbar darunter gelitten haben. Und jetzt könnte man sagen, ja Gott, haben wir doch überlebt. Aber das ist genau das Typische. Wenn du es erst mal durchgestanden hast, dann bist du konditioniert und sagst, ja, da wird mein Kind wohl auch überleben, wenn ich es überlebt habe. Aber was wirklich passiert und was wir uns an Per Potenzial verschenken, was die Generationen uns wirklich zu geben hätten, wenn wir ihnen ermöglichen würden, sich zu entfalten, das glaube ich, ist ein Ausmaß, dass wir uns überhaupt nicht bewusst machen. Ist auch gut, sonst würden wir wahrscheinlich ein bisschen Gagger werden. Also das war damals jedenfalls absolut schon der Fall. Und das ist bis heute durchgängig. Im System veranlagt. Nicht, dass es heute nicht so ist, dass da liebe Lehrer wären. Die bangen mit dem Schüler oder so. Also ich will jetzt, es gibt es ja klar, dass man sagt, ich bang mit meinen Schülern, der hat euch eine Biologie, der hat noch die Prüfung. Oder noch, dass irgendjemand völlig durchs Abitur hagelt eigentlich, weil er auch wirklich nicht gut vorbereitet ist. Und dann gibt ihm der Schule, der Direktor, ich weiß, bei einer, kommt ein Direktor zu unserer Schule und der Schüler kriegt dann in der letzten Prüfung ganz plötzlich zwölf Punkte und kommt noch durch, weil man ja mit ihm bangt und weil man ihm seine Zukunft nicht vermasseln wird. Also wir sind heute eventuell total lieb. Wir sind nicht mehr die, die so sagen, ich werde ihn aber unbedingt in seine, ich werde ihn dorthin führen, wo ich sein Nichtwissen ihm beweisen kann. Das kann alles durchaus menschlich, aber System. Mit unserer Kultusministerin, den Namen von der jetzt hin, habe ich schon wieder, habe ich mir noch gar nicht gemerkt, weil das ist mir relativ jetzt egal, wer da alle anderthalb Jahre mal wieder an der Schraube dreht. Aber die vorige jetzt, die Susanne Eisenmann, die hat an einem, das weiß ich auch von Schulleitern, die hat an einer Schraube gedreht, die uralt ist. Aber das, das würde ich, das müssen wir noch genau angucken, dass das nicht eine bloße These bleibt, sondern dass wir das belegen. Ja, erläutere das genau. Ich will mal gerne, ich will mal auf die Klausurbedingungen eingehen, noch. In der Zentralklausur. Nehmen wir mal richtig die richtige Zentralklausur. Du gehst jetzt da rein, du weißt ja, jetzt kommt es drauf an. Wenn du eventuell, ja, jetzt kommt es drauf an, jetzt kommt die entscheidende Klausur in Mathe. So, wer stellt die Aufgabe? Andere natürlich. Kenne ich die? Nö, natürlich nicht. Es sind die Leute, die die Definitionshoheit über Bildung haben. Ja, soll man das einzweifeln? Ja, ich zweifle das an, dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Ämtern, eben auch Experten, man holt sich da ein Gremium mit Experten, die machen die Aufgabe und die wollen natürlich alle untereinander auch konkurrenziell die tollsten Aufgaben machen und dann kommt schon was zustande für die Schüler. Aber die Definitionsheit über das, was hier an dem Tag Bildung ist, die über mein Fortkommen entscheidet, habe ich nicht. Völlig undemokratisch. Als mündig werdender Bürger habe ich keine Möglichkeit. Das war ja damals bei Portfolio so, dass ich dachte, die Schüler zeigen anhand selbstgewählter Aufgaben und nicht fremdgestellter Aufgaben. Das ist immer ein Thema geblieben für mich. Jetzt gehst du hin, hast also die Matheklausur, drehst die um, kennst du diesen Schreck auch plötzlich? Und da bist du so beim Arrange... Ne, bleiben wir mal beim Format noch. Du sitzt in einem Raum und weißt du, wie war es bei dir auch so, mit zwei Meter Abstand? Ja. Durftet ihr miteinander reden? Wahrscheinlich nicht. Kommunikationsverbot. Oh, wieso, was ist jetzt los? Social Distancing. Anderthalb Meter, zwei Meter. Du bist bestimmt nicht aufgestanden und hast gesagt, hey Franziska, wie geht es dir gerade? Kann ich dir helfen? Ja nein, das ist keine Leistung, um Gottes Willen. Leistung ist nur... Ja, was ist Leistung? Isolierte Einzelleistung. Was ist das für ein Menschenbild? Isolierte Einzelleistung. Ich zusammen mit meiner höheren Intuition oder was? Oder ich zusammen in meinem Hirnkastel, wo ich meine abgespeicherten Inhalte aufrufen kann. Was ist jetzt Leistung? Ganz komisch, ja? Aber wird alles so... Ist so. Und dann willst du mal auf die Toilette? Ja, vielleicht als Gnadenakte startest. Darfst du mal zwei, drei Minuten raus? Das sind ja schon merkwürdige Dinge. Schluckt jeder, zweifle ich sehr stark an. Und jetzt kommt noch dazu, was es noch mal erschwert. Das ist, nenne ich jetzt mal das Arrangement. Das heißt, ich habe es auch noch mal nachgeguckt, weil wir hatten in den letzten Jahren, waren wir über unsere Aktivitäten, über die ich gerne alle mal erzählen würde noch, waren wir in Europaschulen. Also in Schulen, die der Europäischen Union angegliedert sind. Und das sind gar nicht so viele, die es in Europa gibt. Und wir waren in Brüssel. Und da habe ich mich, da gibt es vier große Schulen, die unmittelbar der Europäischen Union angegliedert sind. Übrigens eine Schule mit 5000 Schülern und so richtige Städte. Und da habe ich mich auch in dem Zusammenhang unseres Besuches und dessen, was wir da gemacht haben, habe ich mich dann für das Prüfungssystem mal interessiert. Und selbstverständlich, ich meine, was soll die EU anderes machen? Die EU ist römisch-zentralistisch, römische Verträge, das ist eine Nachfolgeorganisation des Römischen Reiches. Also jedenfalls auch von der Verwaltungsstruktur her, ganz zentralistisch gedacht. Was haben die für eine Prüfung? Genau die, von der ich gerade rede. Also die, sage ich mal, die beste zentralistische, so wie bei uns in Baden-Württemberg auch. Und wenn du jetzt in Mathe in die Prüfung gehst, und da waren wir ja, gehst du jetzt in die Prüfung rein, dann drehst du um und dann kann es dir passieren, dass Prüfungsstoff aus der 10. Klasse drankommt. Jetzt stell dir das nochmal vor. Du musst als Schüler, steht da auch in den Prüfungsverordnungen, 10, 11, 12. Und das machst du jetzt mal in vielleicht nur 5 schriftlich geprüften Fächern. Aber du musst jeweils 3 Jahrgänge haben. Wie willst du denn das machen? Und da kommt ein ganz komisches Prinzip dazu, nämlich dieser Überraschungseffekt. Das, was jeder irgendwie kennt, ein Glücksmoment, Glück gehabt, oder die Felle schwimmen wir davon, oder ich habe den Eindruck, ich sterbe. Das ist übrigens auch was ganz komisches in den Prüfungen, dieses so, ja, plötzlich. Ist das gewollt so? Ja, nee, also gewollt in dem Sinne, dass unser Wollen, sage ich mal, unbewusste Tiefen hat. Also ich meine damit, man kann die ja nicht freisprechen, die das exerzieren, dieses ganze Zeugs. Aber, also gewollt in dem Sinne, dass man auch sagt, ja, so wie in Deutschland, als Beamter muss ich das aber machen. Und als Mensch möchte ich Ihnen jetzt gerne sagen. Also das ist zumindest gewollt, dass der Mensch immer daneben bleibt und der Beamte leider nichts anderes machen kann. Und wenn er heute nett ist, dann ist das ein netter Beamter, der dieses beschissene, tote System exekutiert, aber das freundlich macht. Aber das ist auch nicht viel besser. So viel besser ist das nicht. Du änderst an dem System ja gar nichts dann in dem Moment. Also stell dir das vor als Beanspruchung in den Fächern nebenher. Und das ist seit 1834, 1837 so geblieben. Das war im Kaiserreich so. Das hat man in Weimar versucht, ein bisschen zu verändern. Das ist in der Adenauer-Ära bei uns so geblieben. Und das macht heute Susanne Eisenmann genauso. Über die muss ich noch mal was sagen und über deren Abiturreform, die sie jetzt gemacht haben. Aber jetzt würde ich gerne noch was über die Leistungsbeurteilung selber sagen. Ja, gerne. Nämlich über die Zensur. Weißt du, wie das bei dir war mit der Ziffernote? Also im russischen Bildungssystem war es anders als hier im Deutschen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es vielleicht ein bisschen besser wäre. Ich weiß es nicht. Ja, bei uns ist 5 die beste Note. Oh ja, gut. Das ist jetzt nicht so anders, wenn man es auf den Kopf oder auf die Füße stellt. Ja, das kennen wir. Das wir die Sache umdrehen. Es gibt keine Dezimale. Okay. Ja, ja. Ich kann jetzt mal sagen. Ja, bei uns sind sie auf den tollen Trichter gekommen, im Abitur mit 15 Punkten zu arbeiten oder mit Dezimalen in der Realschulabschlussprüfung. Alles derselbe Mist, sage ich mal. Aber das Entscheidende ist bei der, nee, ich muss noch mal sagen, nee, ich muss noch mal bei der Klausur bleiben. Jetzt stell dir mal einen schwächeren Schüler in Mathematik vor. Das könnte zum Beispiel ich gewesen sein. Und ich hatte mich damals aufs Abitur gut vorbereitet in Mathematik. Aber ich war schwach. Ich habe mich schwach gefühlt. Und jetzt kam tatsächlich eine Aufgabe dran, die ich hätte können müssen, die ich aber nicht konnte, weil ich viel zu nervös wurde. Und dann habe ich mich total fasspelt und verknotet und bin nicht mehr rausgekommen. Und das kann man sich ja auch so vorstellen. Jetzt gehen die 240 oder 320 oder 33 Minuten zu Ende. und jetzt stehst du auf, gehst aus dem Raum raus und das ist mir damals so gegangen. Ich gehe die Treppen runter und kann sich vorstellen, was dann passiert, dass man sagt, ah, natürlich, ach klar. Die Spannung fällt ab und ich sage, ah ja klar, so war es, da ist ja sicher. So, und jetzt ist aber eine Sache, das zählt nicht. Es zählt nur, was da war. Und das ist so wie, nur das zählt und gibt dir die Note. Das ist aber so wie ein Angestellter, der um 5 Uhr den Griffel fallen lässt, weil nur bis 5 Uhr bezahlt wird. Und dann hört er, dann ist es vorbei. Und hier wird nur Leistung in diesem Zeitkorsett erbracht und alles, was vorher und nachher war, wird nicht nachgefragt. Das ist übrigens eine Lösung des Problems, ist, dass man die Lerngeschichten voll mit berücksichtigt. Und die Lerngeschichte von mir war damals eben, aber leider so, dass es mir nachträglich eingefallen ist und es nicht mehr gezählt hat. Das ist ein wesentliches Merkmal, dass nur gezählt wird und nur gilt, was unter Klausurbedingungen erbracht wird. Das ist so wie ein Benediktinermönch, der sich auch nicht ganz freiwillig in seine Klosterzelle setzt, auch unter Klausurbedingungen ist und auf die reine Gotteserfahrung wartet, was vielleicht immer noch ein bisschen hoffnungsfroher stimmen könnte, als jetzt hier bei uns, wo man die reine Schülerleistung glaubt, in dieser sterilen Anordnung zu bekommen. Also irgendwie, wenn man es durchdenkt, dann merkt man, dass es hirnrissig ist, aber man muss es ein bisschen so pointiert auch herausarbeiten, weil die Leute schlichtweg dafür pennen, weil sie es einfach annehmen. Aber ich denke, wir sind in einer Zeit, wo man anfangen sollte, jetzt die Dinge zu hinterfragen. Das Schlagwort Lösung gebracht, gerade zu diesem kleinen Karierten. Mache ich gerne, über die Lösung. Kannst du dazu was sagen, über die Alternative zu den gerade genannten Missständen? Genau, die Alternative, da sollte ich ja so ein bisschen das schmackhaft machen, was die Alternative sein könnte. Ich muss noch, entschuldigen, wenn ich noch einmal zurückgehe, ich bin immer noch nicht fertig mit der gruseligen Analyse. Weißt du, wie es zu deiner Note gekommen ist, die du dann schließlich in einem Fach bekommen hast? Weißt du, wer die? Schriftlich oder mündlich? Ja, egal. Sagen wir mal schriftlich. Wer hat dir deine Note gemacht? Ja, meine Lehrer. Ja, pass auf. Hier bei uns im Zentralabitur ist es folgendermaßen. Es ist der Erstkorrektor, das ist ein Lehrer. Es ist der Zweitkorrektor, das ist ein Lehrer einer anderen Schule. Und es ist eventuell der Drittkorrektor, wenn die Punkte zu weit auseinander liegen. Und jetzt musst du diesen Vorgang der Leistungsbeurteilung nochmal angucken. Übrigens ja auch der Lehrer, der Gestrafte damit. Also wir bestrafen ja nicht nur die Schüler mit diesem System und belasten sie in einer unzuträglichen Weise. Auch die Lehrer werden selber belastet. Und das ist die Korrekturbelastung. Man könnte sagen, wenn man ganz böse will, dann geschieht euch recht. Wenn wir in der Falle sitzen und diesen Mist mit den Schülern machen, dann kriegen wir es eben auch ab. Und du kannst dir vorstellen, du weißt auch, wie es nach der 30. oder 50. Korrektur mit dem Rotstift geht. Und was man da lernt, Fehlerfixierung lernt man als Lehrer. So, jetzt aber im Abitur ist es besonders ersichtlich, was der Staat mit uns macht. und das ist, du hast dort ein Format, ein Formblatt hast du und das Formblatt hat oben einen perforierten Rand. Links hat Platz für den, rechts, erstkorrektur, zweitkorrektur, oben hat es den perforierten Rand. Und wenn du die mit nach Hause nimmst, dann hat der Schüler oben seinen Namen hingeschrieben und unten nicht. und dann hat er hier eine Chiffre hingeschrieben, PO 23 und unten hat er auch PO 23 hingeschrieben. Also PO steht für die Schule, 23 steht für seinen Namen im Alphabet, ob es 7 oder 8 spielt keine Rolle. Und ich als Lehrer lese oben den Namen und ist ja nichts zu machen, ich kenne meinen Schüler. Jetzt kommt aber der Zweitkorrektor. Der ist jetzt noch viel objektiver und ganz anonym. Und deswegen, bevor der das bekommt, reiße ich den perforierten Rand ab. Und da habe ich immer gesagt, Kopf ab. Der Schüler hat keinen Namen mehr. Der Schüler ist jetzt PO 23. Und jetzt kommen natürlich so die Vertreter der reinen Objektivität, die gibt es ja heute auch, Fakten. Insbesondere Zahlen sind ja immer Fakten. Mit Zahlen kann man ja überhaupt nicht lügen und manipulieren. Aber jetzt kommt man hier, hat man die reine Chiffre. Und damit ist der Schüler anonymisiert. Er ist eine Zahl. Und genau darum geht es. Der Schüler ist eine anonyme Größe für den Staat. Und das ist das Ziel. Der anonyme Untertan. Jetzt geht es noch weiter. Jetzt kommt der Drittkorrektor, wenn du Pech hast, weil die auseinander liegen. Und der macht dann das Urteil. Und jetzt kommt irgendwann aus der Blackbox für mich als Lehrer und für den Schüler die Beurteilung. Ich habe es als Erstkorrektor gar nicht in der Hand. Das kann gut gehen ein paar Jahre und dann geht es grottenmäßig falsch. Dann kommt ein Schüler, wo ich sage, das ist einer der größten, besten, tollsten, die ich je hatte. Und kriegt plötzlich neun oder sieben Punkte. Kann dir passieren. Und das Entscheidende ist aber, du musst es annehmen. Du kannst doch nichts machen. Du bist ausgeliefert. Du hast überhaupt keine Chance. Und du nimmst es an, ob das 14 oder sieben sind. Du nimmst es an. Und das ist es, worum es subliminal geht. Dass der Untertan das Urteil, das andere, die er nicht kennt, das ist wie geheime Kabinettsorder oder so. Das ist wie geheimes Gericht, ohne der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es ist im Grunde ja ein Gericht, ein Urteil, das mir nicht zugänglich ist. Darf mir nicht. Es muss ja objektiv sein. Von wegen, das ist keine Objektivität, die da stattfindet. Im Gegenteil, es finden dann die subjektivistischsten Dinge statt. Aber ich muss es annehmen. Und das, meine ich, erzeugt diese Untertan-Mentalität bis heute im System. Alles Dinge, die man verändern kann. Ich mache von nichts Halt und das lässt sich alles transformieren. Aber man muss wissen, womit man es zu tun hat. Nicht, dass man dann wieder mal so ein Reformchen macht. Übrigens, da muss ich noch kurz eins draufsetzen. Wir hatten vor 15 Jahren eine Reform hier in den Schulen fürs Abitur in Baden-Württemberg. Und da durften wir die Präsentationsprüfung machen. Kennst du die? Ja, vom Studium. Vom Studium her, ne? Ja, genau. Hat man damals gesagt, im Studium braucht man das, im Beruf braucht man das. Ich nehme an, da wurden die mal von Wirtschaftsleuten beraten. Die haben gesagt, hallo, die Leute müssen doch und so weiter. Und dann fing man mit Präsentationsprüfung, Kompetenzprüfung, Projektprüfung, fing dann so an. Und plötzlich, da tauchen ja etwas andere Formate auf. Nehmen wir mal Geschichte. Da durfte man dann zum Schluss vier Themen einreichen. Wie toll ist das denn? Ich darf mir aus dem gesamten Geschichtsspektrum vier Themen aussuchen, die ich womöglich schon lange bearbeitet habe. Geht so ein bisschen in die richtige Richtung. Dann reiche ich die vier Themen ein. Und dann kommt eine Woche vorher ein Thema zurück. Immerhin, weißt du eins, dass ich es schon kenne? Ja. Nicht so schlecht, gell? Ja. Weißt du, was sie jetzt gemacht hat, die Susanne Eisenmann? Nein. Wieder zurück. Die mündliche Prüfung wie vor 50 Jahren. Der Schüler muss 300 Jahre Geschichte kennen. Es gibt vielleicht 11, 12, 15 Themen. Eins wird zufällig gezogen. Und dann soll der arme Schüler, reiner Zufall, der kann so gut sein, wie er will, wenn er an dem Tag irgendein Thema hat, was er nicht so gut kann, hat er schlechte Karten. Das, ja, und ich meine, das ist wirklich, wo ich sage, also, wirklich, also, in den Orkus damit, das hat wirklich nichts mehr mit der Zukunft in der modernen Zeit zu tun und wird auch nicht, sage ich jetzt mal. Und wird auch deshalb nicht, weil man den Sachen auf den Grund gehen kann und weil man sie transformieren kann. Also, ich sage immer, die Analyse, die wir jetzt gemacht haben, ist total wichtig, aber wenn sie nicht zu der Lösung führt, ist sie völlig irrelevant. Ich sage immer, wenn man Ziffernoten abschaffen will, muss man was Besseres haben. Man darf sie nicht abschaffen. Man muss einfach sagen, guck mal, wir sind mit dem, was wir als Bewertung, Feedback, als Peer-Feedback, als alle möglichen Rückmeldeformen, die wir in unserem Konzept haben, sind wir einfach wesentlich qualifizierter als ihr mit eurem abstrakten Notensystem. Und das muss man erfahren und leben und dann kann man, dann kann man das Alte abschaffen. Aber einfach so sagen, wir wollen das Alte nicht und machen was Freies, das wird nicht hinhauen. Für heute hast du uns viel verraten, viel Einblick gegeben in das Ganze und ich möchte mich bedanken für dieses Interview, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann geht's.